Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von The Escapist Alcatraz mit einer kleinen, kleinen Ankündigung. Und zwar, aufgrund von neuer Bera-Projekte und Spiele und sowas, hatte ich mir überlegt, ob ich hier das vielleicht in größeren Abständen rausbringen werde. Mal gucken, das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde auf jeden Fall, dass der ein oder andere von euch jetzt nicht enttäuscht sein wird. Puh, ich dachte gerade, ich habe meine Zelle gar nicht durchsucht, ob ich noch irgendwas hätte mit dem Bisschen. Wie zum Beispiel den Beutel, den muss ich gleich mal holen. Was hab ich denn für Sachen für mich? Oh. 31 für Kleber. Bist du denn des Wahnsinns? Auch nichts, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Verbot, da was wir haben. Wir müssen mal gucken, was wir noch für Aufträge haben. Wir sollen immer noch Schokolade entfernen. Wir sollen ein Metallblech und Tinte. Tinte hätten wir mitnehmen können, schade. Und ein Buch vom Sängerkrieg. War das erste nicht auch Sängerkrieg? Nee, ging das. So, auf, jetzt haben wir Zeit, um etwas zu tun. Ihr fragt euch sicher, wie ich dazu gekommen bin. Das eine war Metallblech und das andere war Tante. Um mir zu sagen, warum ich jetzt klein war. Wie gesagt, ich habe jetzt ja noch andere Sachen, die ich gerne aufnehmen wollen würde oder aufnehme. Und das ist halt, ich kann nicht so viele Projekte vergleichen, sondern zwei pro Tag ist schon wirklich viel. Und das ist halt auch der einfachste Grund. Zumal ich das Gefühl habe hier, wir kommen hier zwar vorwärts, aber so extrem langsam, dass ihr euch auch langweilt, dass ich teilweise an den Klickzahlen sehe. Die natürlich beim Mitbestimmen, welches Spiel rausfliegt und welches nicht. Wenn ich jetzt zwei Spieler habe, die ich gegen miteinander aufwiegen muss, ist es eins, muss pausieren oder abgesetzt werden. In dem Fall landet das. Das hier wird mir tatsächlich nur pausieren. Dann muss ich natürlich überlegen, welche spielen. Dann gucke ich mir natürlich bei Gleichung, das macht beides Spaß und Schlagling krass. Dann gucke ich mir natürlich die Klickzahlen an. Die Rasierklinge und Tape. Tape habe ich, das gebe ich da mal nicht weg. Dann muss ich mal gucken, wo ich eine Rasierklinge herkriege. Und wie kommen alle an Rasierklingen gerade? Ich habe noch nie welche gesehen. Der hatte mich ja eh schon gesehen, also wohin. Ah, die nerven ganz schön. Die Rasierklingen, muss man die sich selbst herstellen? Ich kann mich nicht erinnern, Rasierklingen jemals gefunden zu haben. Naja. Das hier. Und was wollen die andere noch haben? Schokolade entfernen. Ein Metallblech, genau. Dann ist das eigentlich was. Hallo? Da laufen wieder zwei ineinander, seht ihr das? Puh, das war wieder knapp. Knappig, knapp, knapp. 61 Tage drin. Oh, da ist das Blech. Das können wir dann auch gleich weggehen. Aber wie sehen Rasierklingen denn aus? Kitt. Mach die doch selber, Kitt. Schauen wir mal, ob wir intelligent genug sind. 68, sauber. Au. Ich hoffe, der macht schon ordentlich Schaden. So. Wer noch braucht das? Das Metallblech geht an Eye Tweak und die Tinte geht an Laris. Eye Tweak und Laris. Laris. Tinte geht an Laris. Wo ist ein Eye Tweak? Hallo? Da. So, wieder Money, 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 Money. Und jetzt könnten sich mal hier welche schlagen. Jetzt haben wir auch hier nämlich ein paar tolle Sachen, die wir hier um uns hauen können. Natürlich ist er wieder außer Reichweite. So, das war der Mega-Appell. Was? Ich war doch draußen. Wie hat der denn? Oh, Mist. Okay, hier kam auch viel zu viel. Da war ich ein bisschen so voreinig. Und noch den einen. Ich weiß nicht, ob er nach oben geht. Ja, natürlich tut er das. Ich wollte gerade die Schokolade entfernen, aber es bringt ja nichts, die zu entfernen. Warum nicht? Weil ich es die falsche Person war. Und wir sind ziemlich jetzt hier oben schon Prozentemäßig. Wir müssen ein bisschen da aufpassen, sonst sind die gleich wieder hinter uns her. Was mich nicht davon abhält, mein Liebes-Tuch hier zu machen, ne? Müsste, glaube ich, auch der letzte Schreibtisch sein. Den wird sie jetzt gut bewachen. Nicht gut genug für mich. Ich weiß nicht, ob wir noch Toilettenpapier haben. Nur zwei Rollen mit. Oh ja, hatten wir. Naja, haben wir ein bisschen mehr. Wir haben ja noch ein paar verbotene Gegenstände jetzt. Die müssten wir auch mal wegbringen. Machen wir das jetzt? Ah, ich weiß es nicht. Okay, Abendessen. Ich wollte gerade pumpen gehen. Schlaftabletten. Aha. Vielleicht ist das ja ein Sein. Ne? Ich meine, und wir haben ja hier noch einen dicken Schlagring. Gucken, was die anderen haben. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ruhig verhalten. Ich esse ein bisschen länger. Nein, wir müssen jetzt zum Hof fahren. Was ist denn mit dir los? Da hängt wieder jemand an der Tür fest. Ich hör's schon. Hä? Ich sag ja, wir wollten pumpen gehen. Das tun wir auch. Aber wieso schlägt sich denn hier keiner? Fehlt mir noch ein bisschen. 21. Irgendwann sind wir... Oh, oh, oh. Ich bin falsch gelaufen. Oh, sorry, sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Oh, geil. Das war ja eine Verarsche. Bin ich zu früh abgebogen, mein Finger? Mein Triggerfinger. Nein, und jetzt ist noch mal mein Schlag weg. Kartenpaket, ja, aber das schaffen wir doch wohl, oder? Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und jetzt können wir wieder machen, was wir wollen. Super. Komm, ein Kartenpak, das werden wir doch irgendwo drin finden. Und jetzt haben wir noch. Nächste, da haben wir schon das Kartenpaket. So schnell wie das. Und das Kartenpaket geht an den guten Lars. Lars, Lars, Lars. Da, 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 da. Lars. Marben wir den Lars. Toll. Ja, bitte, gerne. So, und wir haben ja noch eine weitere Aufnahme, äh, Gabe angenommen. Und zwar, wir sollen mal zum Ober Mike vorbeigucken, wo der Mike auch immer seinen Schlafquartier hat. Mike. Hat der Gute natürlich am Mann. Wollt ihr hier irgendwas geändert? Ich weiß nicht. Vier weitere Intelligenz. Das gibt's doch nicht. Du hast jetzt die fünfte Intelligenz. Gleich auf Nummer sicher gehen. Wollt ihr Trottel hier wieder alles verlernt? Keiner, der sich hier beugelt. Anstrengendes Lern wegduschen. Das ist eine Aufgabe für mich. Doch. Tja. Jetzt sitze ich hier am Fahrritte. Und ja, dasselbe Leute mal mit demselben Scheiß auftreten. Tja. Ehrlich gesagt, jetzt ist langweilig. wie ich hier gerade abpumpen gehe. Das kann ich noch machen. Okay, hat sich gerade erledigt. Na, warten wir mal, was der Appell ist. Ob wir jetzt durchsucht werden und am Arsch sind, das würde ich mir ja noch zutrauen. Ah, wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Zum Glück sind wir es nicht. Ansprache, Ansprache. Aber jetzt macht sie weg. Das ist so gut wie klar. Das ist so gut wie klar. Ah, wo ich gerade dabei bin. Machen wir noch eine Warte. Macht einfach das Sparplatz. Oh Gott, alle Wächter hier bei mir. Natürlich. Oh, gut, dass ich gerade eine neue gemacht habe. Oh, wir haben hier noch einiges unten. Oh, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich wollte hier Intelligenz ansammeln. Elf. Auch eine Gabel. Ach, kacke. Echt? Na gut, ich wollte ja den Spar nicht weiter kaputt machen. Ah, elfweite Intelligenz. Das ist ärgerlich. Na gut, dann machen wir tatsächlich diese Nacht nicht weiter. Dann verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn jetzt ein paar Folgen ausfallen, liegt einfach daran, neue Projekte, große Projekte, die mir auch Spaß machen, Aufnahmen etc. Und ich habe ja als Neujahrssprache schon gesagt, wir wollen zusammen möglichst viel schaffen. Und ich möchte auch Spaß wieder, weil es mehr Spaß bei den Sachen haben, weniger das Gefühl haben, es wäre eine Verpflichtung, weil es ist mal wieder so weite Folge rauszubringen. Dementsprechend habt bitte Rücksicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Daumen nach oben, wenn ihr es euch gefallen hat. Und wenn ihr da Meinung seid, ich habe recht. Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.